Was sagt denn die Gradzahl? 2 Grad und es fühlt sich auch an wie 2 Grad. Okay. Und das Wasser? Wie kalt? Was meinst du, wie kalt ist das? So kalt? So kalt? So. So kalt. Eisfinger. Ja, gleich kriegst du ein Eis. Ich krieg ein Eis! Penis! Servus! Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meinem Dude da hinten, Mr. Hopscotch. Heute haben wir was ganz Verrücktes für übrigens. Frohes neues Jahr. Wir haben heute den 01.01.2021 und was machen wir? Bei so einem herrlichen Wetter. Ja? Was glaubt ihr? Wir springen da rein. Also viel Spaß und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Ja, und geht auch auf seinen Kanal. Der macht nämlich dasselbe. Er hat vergessen, Glocke aktivieren zu können. Genau, Glocke aktivieren. Nicht vergessen und viel Spaß! Es ist mir! Und den dicken kennt ihr ja, ne? Spencer und Hill quasi, wa? Ist so. Dick und doof. Ich bin auch dabei. Ja, aber deinen YouTube-Kanal muss ich noch irgendwie... Der ist nicht so relevant. Ach doch. Mensch, schon der Endschlag. Scheiße, ist das schmerzig. Man muss jetzt noch mal eine Watch auf Schwimmen anstellen. Weil der geht so oft. Immer wieder der Frag, wenn ich gut... Also, wir rennen wahrscheinlich nicht rein. Ich glaub, reinrennen ist, glaub ich, verkehrt. Wir haben so ein stetiges Reinlaufen, ne? Ich glaub, wir müssen viel atmen, oder? Die Wim-Hoff-Methode. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, shit. Oh, 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 oh. 1.000 Nadelstiche. Das ist echt wie 1.000 Nadelstiche, ne? Oh, du warst da nicht mal drinnen. Noch ein bisschen. Du warst da nicht mal drinnen. Du warst da nicht mal drinnen. Okay, okay, okay. Oh, Mann, ey. Das war geil. Scheiße, war das kalt. Oh, oh, oh. Da rein. So, eine andere Runde. Ich probiere es auch noch mal. Ah, Scheiße. Ich habe viel Flutung mit Todes. Ist er. Oh, Freude. Das geht beim 2er-Sie. Nein, überhaupt nicht. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Das ist ein altes Luder. Ist so. Zeig dir uns, dass das immer ganz, ganz entspannt ist. Oh. Wir werden nie wieder krank, Leute. Nie wieder. Oh. Ey, du bist ja noch bis dahin. Das geht nicht. Ist geil. Komm, wir machen es nochmal. Komm. Okay. Oh nein. Meine Beine fallen ab. Boah, Scheißen, Dreck. Ich spüre hier meine Oberschenkel. Das, was bei mir am besten funktioniert ist. Das tut so weh. Ich blute nur so, dass ich sag's dir. Schön. Leute, gebt euch auf jeden Fall mal Eis baden. Ohne Gruppenzwang hätte ich das auch nicht gemacht. Gruppenzwang. Ja, war witzig. Ja. Extrems. Extrems witzig. Auf jeden Fall. Es macht mehr Spaß, als auf Madeira schwimmen zu gehen. Auf jeden Fall. Ist doch. Ich bin raus. Insert mal Luft. Dualshox, du hast das Attenido. Oh. Und ich musste erst den. Absenken. What? Kalkstein. Oh. Ah, nee. Oh. Oh. Oh Scheiße, ist das geil. Oh, fuck! Da ist mein Schlappenverloren. Guck mal, da kommt noch einer mit. Ich wette, der springt da so rein. Du kennst das doch noch aus dem Schulunterricht. Und wie fandst du es? War angenehm, war angenehm. Kann man öfter machen? Ja, können wir ja morgen nochmal machen. Nur er hier muss ich mal... Der ist nur bis da unten hingegangen. Ich bin da beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich ja auch komplett fisch. Das habe ich hier auf der Kamera. Seinen YouTube-Kanal verlinke ich auch mal. Und Tint? Hallo. Wie fandst du es denn? Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Schön war es nicht, aber ich glaube, ich mache es nochmal. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja dann. Hallöchen! Wir waren jetzt im Füdinger See. Im Füdinger See. Er ist schon erkältet. Und ja, ich fand es aber... Auf jeden Fall interessant. Ich denke mal, dieses Video werden wir wohl jedes Jahr machen. Ist das hellgrün? War nur Corona, alles gut. Ja, machen wir wohl jedes Jahr. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und wir haben vor Ende des Jahres... Auf jeden Fall haben wir noch eine Video-Idee. Aber dazu kommen wir Ende des Jahres. Kannst du doch nicht schon announcen. Doch, ich muss das machen. Jetzt habt ihr ein Jahr Zeit, um zu überlegen, was könnte das sein? Ja, dann habe ich für den lieben Hopscotch hier auch noch ein bisschen Schokolade. Moment. Ja. Ein Schokolädchen für den Herrn. Ja, das Gute. Das ist Trüffel! Trüffel Schokolade. Die ganz Gute. Die ganz Gute. Nur für dich. Hat sich besonders viel Mühe gegeben. Ist so. Und einen leckeren Kaffee noch dazu. Ja, ja, ja. Schön hier. Hot Coffee. Hot Coffee. Ja. Auf jeden Fall hat es Bock gemacht. Also war cool. Und ja, der Alex Koch ist ein richtig cooler Dude. Hat echt Bock gemacht. Und ja, nächstes Jahr wieder Alex. Denk dran, ne? Kommst du dann noch mal zum Frühlinger See? Obwohl, er hat dich eingeladen und du hast mich eingeladen, ja. Ich hab mich bei ihm eingeladen. Du hast dich bei ihm eingeladen und du hast mich dann eingeladen. Und ich hab dich dann mitgenommen, genau. Als meine Vertrauensperson, mein Erziehungsberechtigter. Genau, ich bin auch Eltern, ne? Ja. Und ich bin weiser. So, ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen, weil mir fällt jetzt nicht an, was wir noch filmen sollen. Ich mein, wir fahren jetzt noch mit den Fahrrädern nach Hause und dann war es das auch schon für heute. Weil es ist ja auch Feiertag und alle Geschäfte haben zu, außer die tanken. Ähm, ja. Ja. Für Marcel muss ich jetzt erstmal die Füße aufwärmen. Oh ja, die sind so kalt. Die sind so kalt. Ja, ich würde sagen, das war's von dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, Glocke aktivieren und ja, Daumen nach oben. Und geht mal auf seinen Kanal. Er macht nämlich das gleiche Video, nur halt anders. Nur in besser. Ne, nicht in besser. Anders. Anders halt. Anders. Genau, anders. So. Und ja, dann habt noch einen schönen ersten Januar, einen schönen Neujahrstag. Bleibt gesund. Und wir sehen uns bald. So. Ciao. 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 males Dann pastor. Jetzt passt zusammen und rupf nochmal. Vielen Dank.